Ich magst du jetzt ein Foto mal, aber mir geht es nicht. Also das musst du nicht als Film, was du zum Beispiel machen willst. Nee. Kinder, die dürfen mich nicht runterdrücken! Wuhuuu! Komm, lass deinen Arm weg! Komm, lass deinen Arm weg! Pass doch! Ja, das ist auch richtig. Okay? Applaus Vielen Dank.